Herzlich Willkommen zu einer neuen Shop Vorstellung. Falls euch diese Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da und ich würde mich auch über ein Like freuen. Und falls ihr irgendwelches Feedback habt, schreibt bitte gerne in die Kommentare. Und vielleicht falls ihr Ideen habt, was ich für Musik unter die Videos legen kann, könnt ihr es auch gerne reinschreiben. Ich will aber keine Musik haben, die gefühlt jeder andere YouTuber auch hat, sondern einfach wirklich einzigartige Musik, die sonst keiner hat. Die trotzdem eh mal cool klingt. Ja, auf jeden Fall, falls ihr da irgendwas habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und es sollte natürlich auch am besten kostenlos sein und muss natürlich gamerfrei sein, dass man es in Videos benutzen kann und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt allerdings in den Item Shop und gucken, was dort heute alles drin ist. Ähm, wir haben heute das Wukong Set drin und eine neue, äh, das Meteorit Set. Äh, der Wukong Charakter an sich, finde ich ziemlich cool. Ähm, mit dem rot-goldenen drei Farben, die mir gefallen. Also wirklich Gold, kein Gelb. Gelb mag ich nicht ganz so gern. Aber es ist schön Gold und Rot in so einem asiatischen Stil im Prinzip. Sieht echt cool aus, auch hier mit den Flaggen, gefällt mir alles. Allerdings ist der, äh, Skin etwas breiter und dadurch lässt es sich etwas schwieriger, äh, es ist etwas schwieriger damit zu zocken. Dann haben wir passend dazu die Drachen Axt, die hingegen relativ, äh, schlank ist und die finde ich auch richtig cool wieder mit Gold und Rot. Hat auch einen coolen Sound, ähm, die würde ich mir schon eher kaufen als den Wukong Charakter. Dann haben wir hier aus dem Meteoritenset, beziehungsweise es ist ja gar kein Set, aber es gehört eben halt sozusagen in diese, äh, die Lackierung dazu ist ja genauso. Also, ähm, hier auf jeden Fall der Meteoriten-Backpack, wieder ein einziges, also ein einzelnes Backpack, mal wieder im Shop. 400 V-Bucks, das Ganze, blaues Backpack, ja, sieht nicht schlecht aus. Hier mit dem, ist sogar animiert, glaube ich, das Backpack. Das, äh, flimmt immer so leicht auf, hier die roten Brocken. Und dann mit den Partikeln sieht es auch eigentlich echt cool aus. Dann gibt es noch die Meteorit-Lackierung, die hinten im Prinzip so Mondregion hat und vorne eben halt so einen klassischen Meteoritenschweif. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Äh, vor allem auf der Waffe sieht das cool aus, weil einfach das Feuer hier fast ganz rüber geht. Bei der Sniper ist mir hier viel, äh, ein bisschen zu viel Mond. Äh, eigentlich immer, äh, umso weiter das Feuer über die Waffe rüber geht, das ist so cooler, sieht so aus. Oh, hier drauf sieht es auch extrem cool aus. Find ich eine coole Lackierung, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und hiermit ist man mal wieder komplett auffällig mit dem hellleuchtenden Gelb. Wie es da, äh, für Fahrzeuglackierung lohnt sich das Ganze nicht. Dann haben wir wieder die, das Beast-Team-Set mit der Beast-Schützen, die ich ziemlich dünn finde. Hier hat der Gefühl gar nichts an den Knochen dran. Sieht ganz in Ordnung aus, aber ist hier mal nur schlichtes Schwarz. Fällt mir nicht ganz so. Und falls es jemandem aufgefallen ist, da oben ist ja dieses Zeichen, dass auch rechts auf Ladebildschirm 2 drauf war und auf der anderen Seite war ja der Besucher. Das heißt, vielleicht gehören die ja auch mit irgendwie zum Besucher-Team so im Prinzip mit dem, ähm, mit den Robotern auch. Vielleicht, äh, kommt es auch noch in der Story vor. Hier auf jeden Fall die männliche Version. Finde ich tatsächlich hier mal die männliche Version etwas cooler. Ähm, wobei es halt natürlich auch schlechtes Schwarz ist. Wäre jetzt alles nicht so genau unbedingt meins. Hier Robo-Gandale finde ich hingegen das Beste aus dem Set. Coole Spitzhacke. Hat auch einen ganz nice Effekt eigentlich. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir den, äh, die Cynthia. Äh, den Cynthia-Charakter. Finde ich nicht ganz so cool. Epischer-Charakter. Dann haben wir den Knie-Klatscher. Hat einen ganz coolen Beat. Und auch coole Moves. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir die Dschungelspeherin. Klassischer, ähm, No-Skin-Charakter. Eben halt umtexturiert. Sieht aber eigentlich echt ganz cool aus. Ähm, und auch so mit, ähm, den ganzen Kriegsbemalungen und so. Sieht es echt ganz cool aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir Lama-Glocke. Coole Emote. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann haben wir Tambor, Major. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Und es ist auch ein Fortbewegungs-Emote. Ist auf jeden Fall ganz cool. Dann haben wir einen neuen Emote. Und zwar Ruebsa. Hier macht er die ganze Zeit einfach immer Sport. Ist in Ordnung. Wäre jetzt nicht mein Lieblings, ähm, gar nicht mein Lieblings-Emote. Ihr könnt euch auch, falls ihr nur Rettet-die-Welt-Spieler seid, natürlich auch hier, ähm, die Emotes kaufen. Und habt sie dann auch in Rettet-die-Welt. Ähm, gibt's ja jetzt seit Season X. Also seit Season X Start. Äh, finde ich auf jeden Fall eine coole Funktion. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Weil's ja im Rettet-die-Welt-Modus so, dass es so nur ein neues Lama gibt. Und das meistens so, dass so schlecht ist. Also, ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.